Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Odo Sendai-Dukei und im folgenden geht es um die Modes und Options des Generic Lexi-Skriptes und wie du damit deinen Controller noch cleverer integrieren und effizienter konfigurieren kannst. Dann legen wir mal los. Moment, natürlich würde ich mich über einen Daumen nach oben unter dem Video freuen. Wenn du den Kanal abonnierst, dann ist das der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Und die Sonne strahlt so richtig mit blauem Himmel und Strandatmosphäre, wenn du das Video in deiner Community oder sozialen Netzwerk weiter teilst. Gerne mit einem Gruß von mir. Ach, Tagträume. Im vorangegangenen Video habe ich das Generic Flexi-Skript vorgestellt und welche großartigen Funktionen alle möglichen Drehreglern, Fadern und Knöpfen zugeordnet werden können. Aber manchmal braucht es noch mehr Flexibilität und da kommt das Konzept von Modes und Options mit ins Spiel. Also mit den normalen Einstellungen kann jedem Knopf und Regler eine Funktion zugeordnet werden. Bei einem Controller mit zum Beispiel nur acht Drehreglern sind die Möglichkeiten daher schnell erschöpft und noch enger sieht es aus, wenn gar keine Drehregler vorhanden sind. Mit den Modes und Options ist es möglich, die zum Beispiel acht Drehregler abstrakten Funktionen zuzuordnen, quasi wie eine Zwischenschicht oder Layer oder wie eine Schablone, die über verschiedene Bereiche herumgeschoben und deren Funktionsweise mit den Options auch nochmal verändert werden kann. Klingt vielleicht kompliziert, ist aber ganz einfach. Ich fange einfach mal mit den Modes Schritt für Schritt an. Es gibt im Menü zusammengefasst folgende Einträge. Achtmal Set Value, achtmal Select, Next Previous Item, Next Previous Item Page. Select Track, Volume, Panorama, Device, Start Browser, Browse Presets und achtmal Select Send. Select Next und Previous Mode. Also was hier schnell auffällt, ist, dass es hier vier Item Definitionen und zwei Mode Definitionen gibt. Und dass die acht immer wieder vorkommt, um Werte zu setzen oder etwas direkt auszuwählen. Aber so klar ist noch nicht ganz genau, für was eigentlich. Dennoch ein guter Startpunkt, um die acht Drehregler jetzt einfach zuzuordnen. In den meisten Fällen nehme ich hier die Funktion Set Value, also einen Wert setzen bzw. verändern. Heißt, wenn ich an dem Drehregler drehe, dann verändere ich irgendeinen Wert. Logisch. Und welcher Wert dieser Drehregler ändert, ändert sich je nachdem, welches Item, Item Page oder Mode ausgewählt wurde. Das ist ganz einfach zu verstehen. Als würde ich eine Bewegung mit meiner Hand definieren, womit ich den Zeigefinger immer auf denselben Punkt absenke. Wenn ich ein aufgeschlagenes Buch drunter lege, zeige ich mit demselben Bewegung immer auf ein und dasselbe Wort. Wenn ich das Buch etwas verschiebe, dann zeige ich immer auf ein anderes Wort, obwohl ich den Zeigefinger immer noch auf die exakt selbe Weise senke. Stelle ich einen Pudding drunter, dann tauche ich meinen Zeigefinger mit exakt derselben Bewegung in den Pudding. Also der Drehregler ist quasi mein Zeigefinger und es wird einfach nur eine Bewegung definiert. Alles, was sich ändert, ist eigentlich nur das, was darunter liegt bzw. geschoben wird. Und das, was darunter geschoben wird, sind die Items, die Item Pages der entsprechenden ausgewählten Modes. Und dazu musst du natürlich wissen, welche Modes es gibt. Aber das hatten wir da schon. Es gibt die Modes Track, Volume, Panorama, Devices, 8xCent und den Browse Mode. Diese Modes können mit Select und dem Namen der Mode entweder direkt ausgewählt werden, wenn dein Controller so viele Knöpfe hat. Oder du kannst zwei Knöpfen mit Select Previous und Next Mode, also vorherige und folgende Mode, auswählen. Oder du hast nur einen Knopf und kannst diesen für entweder nur Select Previous Mode oder für nur Select Next Mode benutzen, da nach der letzten Mode wieder mit der ersten Mode angefangen wird. Die Modes drehen sich hier also netterweise im Kreis wie so eine Musicbox-Ballerina. Mit einer Ausnahme dem Browser Mode. Gehen wir doch mal die Modes durch. Der Track Mode hat den Bokus, die Tracks zu steuern, beziehungsweise die Parameter des Tracks zu verändern. So steuert Drehregler 1 den Volume-Fader des ausgewählten Tracks. Drehregler 2 das Panorama. Und Drehregler 3 bis 8 steuern die Sends des ausgewählten Tracks. Mit Select Item 1 bis 8 wählst du direkt einen Track aus, als würdest du mit der Maus draufklicken. Mit Select Next oder Previous wählst du den nächsten oder den vorherigen Track aus. Mit Select Next oder Previous Item Page wählst du die nächsten 8 oder die vorherigen 8 Tracks aus. Also du springst mit der Track-Auswahl um 8 Tracks weiter oder zurück, beziehungsweise runter oder hoch, wenn du denn so viele Tracks hast. Wenn es weniger sind, dann springst du einfach nur kürzer. Das war auch schon der Track Mode. Jetzt der Volume Mode mit dem Fokus auf die Volume-Fader. Hier kannst du mit den 8 Drehreglern die Volume-Fader der 8 ausgewählten Tracks gleichzeitig steuern. Die restlichen Funktionen sind dieselben wie im Track Mode. Also mit Select Item 1 bis 8 wählst du direkt einen Track aus, als würdest du mit der Maus draufklicken. Mit Select Next oder Previous wählst du den nächsten oder den vorherigen Track aus. Mit Select Next oder Previous Item Page wählst du die nächsten 8 Tracks oder die vorherigen Tracks aus. Also du springst mit der Track-Auswahl um 8 Tracks weiter oder zurück. Jetzt zum Panorama Mode. Mit den 8 Drehreglern kannst du in den 8 ausgewählten Tracks die jeweiligen Panorama-Regler gleichzeitig steuern. Die restlichen Funktionen sind wieder dieselben wie im Track Mode. Ganz einfach. Nun der Send Mode. Wieder dasselbe Prinzip. Mit den 8 Drehreglern kannst du in den 8 aktuell ausgewählten Tracks die jeweilig ausgewählten Sends gleichzeitig steuern. Also wählst du Send 1 mit dem Set Item oder Next Previous Item aus, kannst du in den 8 Tracks die jeweils den Send 1 steuern. Wählst du zum Beispiel Send 5 aus, Dann kannst du in allen 8 aktuellen Tracks alle Send 5 gleichzeitig steuern. Die restlichen Funktionen sind ganz einfach wieder dieselben wie im Track Mode. Den Device Mode finde ich ganz besonders toll, denn damit steuere ich die Plugins und Devices über die Remote Controls oder Remote Pages. Also sowas wie Filter Cut-Off, Resonance oder Attack & Decay oder Dry Vet oder 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 oder. Mit den 8 Reglern steuerst du die 8 Remote Control Knöpfe der aktuell ausgewählten Remote Page, des aktuell ausgewählten Devices oder Plugins. Und mit Next und Previous Item Page wählst du die nächste oder vorherige Remote Page des aktuellen Devices aus. Die drehen sich übrigens nicht im Kreis, da musst du den langen Weg zurück, den du bis hierher gekommen bist. Mit Next und Previous Item wählst du das nächste oder das vorherige Device aus. Hier vielleicht noch ein kleiner Tipp, wenn das dein Controller hergibt. Ich versuche immer noch einen Knopf zusätzlich zu definieren, mit dem ich Remote Pages auf und zu machen kann. Eigentlich nur um sie aufzumachen, denn es ist einfach praktisch, wenn du auf ein Device mit geschlossenen Remote Page wechselst und diese einfach per Knopfdruck aufmachen kannst. Das findest du bei den Select Slot Functions Device Device Parameters. Nun zum Browser Mode. Im Browser Mode wählen Drehregler 1 bis 7 den Suchfilter aus und Regler Nummer 8 wechselt zur Ergebnisspalte. Select Item 1 bis 8 wählt direkt die Filter in den Spalten 1 bis 7 und die Ergebnisspalte mit dem 8. Drehregler aus. Select Next und Previous Item wählt das nächste oder das vorherige Tab aus. Select Next Item Page bestätigt die aktuelle Auswahl und schließt den Browser wie einen OK-Knopf. Select Previous Item Page verwirft die aktuelle Auswahl und schließt den Browser wie einen Abbrechen-Knopf. Im Handbuch von Driven by Moss im Kapitel zum Generic Flexi findest du die Modi unter der Überschrift Features of Modes nochmal zum Nachlesen. Und beinahe hätte ich jetzt noch die Options vergessen. Die Options speichern die zuletzt ausgewählte Mode. Wenn du Bitwig schließt und wieder öffnest oder wenn du den Controller deaktivierst und wieder aktivierst. Oder du kannst einfach durch dieses Feld direkt den Mode ändern. Abschließend noch ein paar Tipps. Als Tipp würde ich dir raten in dich zu gehen und zu überlegen wie dein Workflow aussieht. Also wie du deinen Controller gerne benutzen würdest. Oder besser gesagt wie du ihn benutzen wirst. Das kann ein sehr großer Unterschied sein. Vermutlich wirst du trotz diesem genialen und mega flexiblen Generic Flexi Scriptes nicht alles realisieren können. Trotz dass wirklich sehr sehr viel geht. Daher besinne dich auf die Funktion die du wirklich auch nutzt und dir merken kannst. Hast du keine Drehregler aber du hättest gerne welche, dann kannst du eventuell dein Mod Wheel auf einen anderen MIDI-Kanal als Drehregler umfunktionieren. Viele Controller Keyboards haben eine einfache und schnelle Methode den MIDI-Kanal zu wechseln. Du ordnest dein Mod Wheel einfach 8 weiteren MIDI-Kanälen zu. Zum Beispiel von 2 bis 9 und ordnest in jedem dieser Einträge das Mod Wheel einem der 8 Item Set Values zu. Der Power-Tipp ist, dass du in jedem dieser MIDI-Kanäle die Option zum Wechseln der Parameter-Pages oder der Devices auf zusätzliche Notentasten legen kannst. Zum Beispiel definierst du in jedem Kanal die ersten beiden schwarzen Tasten CIS und DIS von links für Previous und Next Item Page, um die Parameter-Pages zu wechseln. Die nächsten beiden schwarzen Tasten CIS und GIS ordnest du in jedem MIDI-Kanal der Funktionen Previous und Next Item zu, um die Devices und Plugins zu wechseln. Und die darauf folgende schwarze Taste AIS definierst du in jedem MIDI-Kanal zum Öffnen und Schließen der Parameter-Pages. Du musst natürlich diese zusätzlichen Funktionen nicht in jedem MIDI-Kanal zuordnen, aber so geht es schneller und bequemer. Ansonsten musst du immer in den MIDI-Kanal zurück wechseln, um diese Funktionen zu nutzen. Mit solchen cleveren Überlegungen bekommst du auch den limitiertesten Controller mit Funktionen belegt, wo selbst der Hersteller in Staunen kommt. Das ist erst der Anfang. Ich werde als Beispiel noch das eine oder andere Video zu meinen Kontrollern produzieren und zeigen, welchen Workflow ich mir ausgedacht habe und wie ich das definiere. Weil es noch irgendetwas unklar sein sollte, dann wird das hoffentlich mit diesen Videos klar. Und du bekommst diese Konfiguration dann auch kostenlos als Download zur Verfügung gestellt. Mir lag das Thema schon etwas länger auf dem Herzen, weil, wie im ersten Video schon erwähnt, viele Hersteller tolle Controller ausliefern, aber die Integration teilweise wirklich grottenschlecht ist. Auf Hochglanz poliert, an der Praxis vorbei. Und wenn der Controller einfach super integriert ist, dann benutzt du den auch lieber. Und dann machst du Automationen damit und drehst während des Spielens an den Parametern rum und kommst so viel mehr in einen organischeren Flow, als wenn du jedes Mal die Maus hin und her schieben musst, weil du zum Beispiel nur einen Parameter zur Zeit verändern kannst. Mit den Händen kannst du mindestens zwei Parameter gleichzeitig verändern. Mit ein wenig Fingerverknotungskunst auch vier oder sogar fünf. Und das eröffnet dir unter Umständen ganz neue Wege und Sounds. Das ist alles nur möglich, weil sich Bitwig entschieden hat, diese Programmierschnittstelle für Drittanbieter zur Verfügung zu stellen. Jürgen Moosgrabe unter anderem dieses universelle und sehr geniale Generic Flexi-Skript dazu entwickelt hat und du jetzt deine Controller individuell auf dich und deine Bedürfnisse anpassen kannst. Und jetzt verstehst du auch, warum es nicht unbedingt diesen mega, super, duper, wahnsinns, blinky, blinky, trölfzig Knöppel-Controller sein muss, wenn dein kleiner, unscheinbarer Controller einfach mega gut integriert ist und dir alles easy zu deinen Füßen bzw. zu deinen Händen liegt. Dein Glück liegt ab jetzt in deiner Haptik. Wie immer, wenn du tolle Ideen hast, was es noch für schöne Belegungstricks gibt, immer her damit in die Kommentare. Damit machst du nicht nur mir Freude, sondern auch allen anderen, denen du vielleicht damit eine Lösung für ihr Problem beschreibst. Wenn wir uns allen gegenseitig helfen, ist allen geholfen. So, das war es auch schon wieder. Mein Name ist Udo Sendaidukai. Danke für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit. Und ich hoffe, dich im nächsten Video wiederzusehen. Bleib gesund und rette die Zukunft. Grüß mir Bitwig. Mach's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.